Unsere Gesellschaft wird immer unbeweglicher und ich bin mir ziemlich sicher, du merkst es auch bei dir, oder? Ich zeige dir heute drei Übungen, die wirklich jeder können sollte, auch du. Schaffst du nur eine dieser Übungen nicht, dann weißt du, bei dir ist dringend Handlungsbedarf. Wenn du zwei oder alle drei nicht schaffst, dann bitte sehen wir uns ganz, ganz häufig. Die drei Übungen, die ich dir jetzt zeige, die sind so wesentlich für dein Wohlergehen, dass wir sie die großen drei genannt haben. Und wir verbinden sie auch mit einem Test. Also der Test ist gleich die Übung, aber du weißt dann, wie du dich dazu steigern kannst, das richtig gut eben so in deinen Körper reinzubekommen, dass du dich ziemlich wohlfühlst. Und das ist wahrscheinlich keine Überraschung. Je jünger du bist, desto leichter fällt dir das. Und ich würde mal behaupten, Kinder können das ohne jede Anstrengung, weil die einfach noch beweglich sind. Aber diese Beweglichkeit, und das weiß man auch aus Studien, kann man auch in höherem Alter noch gut sich wieder antrainieren. Das ist nur eine Frage des Interesses, sich wohlzufühlen und der Zeit, die man dafür einfach investiert. Bei der ersten Übung geht es um das Überstrecken. Aber wie weit solltest du dich überstrecken? Dass du sagen kannst, ich bin im richtig guten Bereich. Pass auf, du gehst vor eine Wand und in Augenhöhe machst du dir ein Zeichen, klebst einen bunten Farbstreifen hin oder irgendetwas anderes. Und dann gehst du ein Stück von der Wand weg. Und dein Ziel ist jetzt, dass wenn du dich überstreckst mit dem Rumpf und auch mit dem Kopf, dass du so weit dich überstrecken kannst, dass du diese Markierung, die du eben gesetzt hast, dass du die sehen kannst. Wenn du eben gemerkt hast, oh, das Überstrecken, du stehst instabil und fallig um, fallig nicht um. Oder du hast sogar ein komisches Gefühl im Kopf bekommen von dem Überstrecken des Kopfes, das dir vielleicht sogar ein bisschen schwindelig geworden ist. Dann klicke bitte hier, weil da kommt genau das Video, wie du deinen Halswirbelsäule darauf vorbereiten kannst, damit gut umzugehen. Sei da vorsichtig und halte dich fest, dass da nichts anbrennen kann. Damit du dich langsam an diese Übung heranarbeiten kannst, empfehle ich dir, fange erst mal an an der Wand. Da bist du schön abgestützt. Dann kannst du erst mal dich so weit überstrecken und kannst da an den Kopf hinzunehmen. Und was ist die Übung? Die Übung ist, genau in diese Testposition reinzugehen, zwei Minuten die zu steigern und das möglichst jeden Tag mit mir zusammen zu machen und dann wirst du merken, was passiert. Test Nummer zwei. Es geht um das Abbeugen. Kommst du mit den Fingerspitzen nach unten. Im höheren Alter gibt es Menschen, da geht es bis hier und dann geht es nicht mehr. Und das ist natürlich damit verbunden, dass deine Muskeln und Faszien total gespannt sind, viel zu kurz sind und auch da, wenn das noch so schlecht erst mal aussieht, steter Tropfen macht die Muskeln und Faszien immer weicher. So, dass du ganz locker, auch ohne dich warm zu machen, einfach nach unten gehen kannst und mit den Fingerspitzen den Boden berühren kannst. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und die Übung ist eigentlich sehr einfach. Ich zeige dir, wie du reingehst. Stütze dich am besten ab. Stütze dich ab. Wenn du merkst, du stehst unsicher, dann halte dich an einem Stuhl fest oder an einem Tisch, dass du wirklich sicher stehst. Und dann gehst du jeden Tag ein bisschen weiter runter. Du kannst auch messen, dass du Zwischenergebnisse hast. Ja, nimmst einen Zollstock in die Hand und schiebst den einfach so und guckst, wie weit kamen meine Finger. Und dieses Maß schreibst du dir auf und bist schön motiviert, das dauernd weiterzumachen. Mit den ersten beiden Übungen haben wir schon sehr, sehr viel getan. Vorne alles lang gemacht, hinten alles lang gemacht. Was jetzt noch fehlt, das ist, dass wir hier alles öffnen, weil wir die Arme immer so weit vorne haben, wird es immer enger und die Haltung wird schlecht und die Schultern fangen an, sich nicht mehr richtig gut bewegen zu können und so weiter und so fort. Wie lösen wir das auf? Am besten in einer Ecke. Falls du keine Ecke hast, es lohnt sich, zumindest für ein paar Wochen, mal das Möbel, was da steht, wegzuräumen, damit du richtig schön da drin üben kannst, weil es ist einfach unverzichtbar für ein gutes Körpergefühl. Ich zeige dir, wie. Du stellst dich vor eine Ecke, nimmst die Arme horizontal und dann ein bisschen höher und richtig gut drauf, wie die Kinder, von denen wir gesprochen haben, bist du dann, wenn du immer weiter in die Ecke dich reinbewegen kannst und mit der Nase die Ecke berührst. Ja, dann sind die Schultern so gut wie dran an den Wänden und du kannst eigentlich gar nicht weiter vor, weil dein Kopf sonst in der Ecke mit der Wand kollidiert. Sei jetzt nicht geschockt von diesen drei Tests. Auch wenn du noch Meter weiter von weg bist, ja, übertrieben gesagt. Es soll nur ein Ziel für dich sein. Und ob du jetzt 35 bist oder 45, 55, 75, 95, das Ziel ist das Gleiche. Und ich verspreche dir, du hast gute Chancen, mit jedem Zentimeter, den du weiter in die Dänung reingehst, dich ganz anders zu fühlen. Also es lohnt sich, diese großen drei, so wie wir sie genannt haben, zu einer Dauerübung zu machen, weil dreimal zwei Minuten sind sechs Minuten. Sechs Minuten jeden Tag, die macht man irgendwas anderes, was für das Leben nicht so wichtig ist. Jetzt sind wir uns alle einig. Deswegen investiere die Zeit, würde ich unbedingt machen. Es kann sehr, sehr gut sein, dass du allein beim Testen schon gemerkt hast, oh, es fühlt sich irgendwie besser an. Wenn das so ist, dann gib uns doch mal einen Daumen nach oben. Gib mir einen Daumen nach oben und teile das auch, weil es gibt so viele Leute, die genau diese drei Übungen brauchen. Bist du über 50, dann habe ich hier noch ein Video mit speziellen Übungen genau für dich. Und hier unten kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, du hast ihn eigentlich schon abonniert. Wenn nicht, dann jetzt höchste Zeit. Bitte mit Alarmglocke. Ciao.